Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen am Tele-Stammtisch zur Besprechung von Gagarin, einmal schwerelos und zurück. Und ich hoffe, sie hat beide Füße auf dem Boden. Hallo Lida, schwebst du oder bist du da? Sofort ins Wort gefallen. Egal. Trotzdem da. Wunderbar. Lida, bevor wir anfangen, eine Quizfrage habe ich an dich. Was glaubst du, wenn wir mit moderner Technik jetzt zum Mars fliegen würden, wie lange würden wir brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Richtig, du hast richtig, 260 Tage. Und was spannend ist, ist, dass der Film, den wir jetzt besprechen, für seine Deutschlandpremiere länger gebraucht hat. Nämlich Gagarin hat seine Weltpremiere beim Filmfestival in Cannes gefeiert, vor vier Jahren. Und jetzt erst, sage und schreibe vier Jahre später, kommt er am 5. August in die deutschen Kinos. Wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Tatsächlich erst kurz vor den Pressevorführungen, ein paar Wochen zuvor, glaube ich. Denn ich habe nämlich nicht mehr damit gerechnet, dass dieser Film jemals einen Kinostart bekommen würde. Habe ihn mir dann im Internet angeschaut, wo er längst verfügbar war. Und dann zu meinem, ja, teils mit einem lachenden, einem weinenden Auge gesehen. Oh, der bekommt ja doch einen Kinostart. Und warum mit einem wachen, einem lachen, mit einem wachen, einem schlafen im Auge, ja. Warum mit einem lachen, einem weinenden Auge? Natürlich hätte ich den Film lieber auf der Pressevorführung dann gesehen. Hätte ich gewusst, dass noch eine kommt. Aber da ich den Film, wie ihr gleich hören würdet, gar nicht so schlecht fände und denke, dass er einen Kinostart durchaus verdient hat, freue ich mich da auch dafür. Und ich freue mich jetzt auch, dass jedes Mal, wenn ich mit dir podcaste, ich diesen Job, der Worum geht es in dem Film, einfach an dich abschieben kann. Und du das jedes Mal ganz hervorragend machst. Und deswegen, Lida, erkläre uns, Worum geht es in Gagarin einmal sperrilos und zurück? Es geht um den 16-jährigen Yugi, der allerdings nicht der Yuri Gagarin, ist, wie man anhand des Titels meinen könnte, sondern nur zufällig den Vornamen des Sowjet-Kosmonauten trägt und in einem Häuserblock am Rand von Paris aufwächst. Nämlich einem Teil der sogenannten Cite Gagarin, die nach ihm, dem Kosmonauten der Sowjetunion, benannt wurde. Und tatsächlich war Yuri Gagarin auch selbst bei der Einweihung dieses Hausprojektes präsent, wie man in einem Archivvideo sieht. Aber diese glorreichen Zeiten des als gutes Arbeiterquartier mit überdurchschnittlich bequemen Wohnungen angelegten Projekt sind längst vorbei. Das Ganze ist marode und soll abgerissen werden. Dass dieser Plan auch in die Realität umgesetzt wurde, ist kein Geheimnis. Denn vor einigen Jahren war denn das Ende dieser Gegend besiedelt und die Menschen mussten umziehen. Yuri selbst aber zum Zeitpunkt der Handlung versucht noch mit aller Macht, diese Heimat seines Umfelds, seines sozialen Umfelds, seine eigene Heimat zu retten. Und das nicht nur, weil er dieses recht heruntergekommene Haus so großartig fände oder weil dieses recht arme Viertel, aus dem er da stammt, so toll wäre, sondern weil er wirklich nicht weiß, wohin denn sonst. Denn in dieser Welt, in der wir leben, gibt es für Leute aus der Unterschicht buchstäblich keinen Platz. Weder in Hochhäuserblöcken noch auf der Erde. Und so träumt er sich in allerlei Tagesfantasien ins Weltall und denkt an ein Leben als Kosmonaut. Aber die Realität reißt ihn immer wieder auf den Boden zurück. Manchmal auch äußerst hart. Ja, vielen Dank. Das mit der Realität, die ihn wieder auf den Boden bringt, das ist wirklich gut gesagt. Das ist auch für mich, glaube ich, die größte Stärke des Films. Der hat ganz viele so sphärisch-träumerische Momente, wo du dich als Zuschauer auch so reinfallen lassen kannst. Die auch wirklich unglaublich toll aussehen, gerade auf der großen Leinwand. Aber es ist niemals so, dass das so wirkliche Ausflüchte sind oder Alternativen der Filme. Die Filmemacher sind ja zwei, ich sage mal, Fanny Liatan und Jeremy Trujil, die das inszeniert haben. Die machen relativ deutlich, dass es nur ein Traum ist. Und das ist quasi, aber wie soll ich es ausdrücken? Es wirkt halt nicht so, dass sie einem mit der Realitätskeule dann in die Fresse schlagen. Aber sie machen sehr deutlich, das ist halt nur der Traum. Das hier ist das andere, das ist die Wahrheit. Und sie machen den Juri oftmals, sorry, ich spreche gerade wieder, aber oftmals habe ich das Gefühl bei Filmen, dass Träumer immer so ein bisschen negativ konnotiert sind. Aber hier nicht, weil Juri ja das, was er macht, er macht das ja mit Hingabe. Und vor allem, er macht das ja auch, weil er dir auch wirklich helfen möchte. Das ist ja ein sehr sozialer Mensch, dieser Juri. Er kümmert sich ja wirklich um Sachen, wo man denken würde, eigentlich müsste das ja ein Hausmeister machen. Also ich fand diese Figur so bemerkenswert. Und ich habe ihr deswegen, weil sie so aufopferungsvoll agiert, auch jeden ihrer Träume irgendwie gegönnt und auch mit ihm genossen. Und war auch jedes Mal ein bisschen dann traurig, dann wieder in diese Realität zurückgezogen zu werden. Aber der Film macht es halt auch jedes Mal klar, wie wichtig diese Realität halt auch ist. Ich habe jetzt wirklich viel Schwachsinn geredet, aber macht nichts, dafür habe ich ja dich. Ja, ein paar gute Sachen waren durchaus dabei. Zum Beispiel, dass er sich hier um alles und um alle kümmert und niemand kümmert sich so richtig um ihn. Obwohl er ja noch ein halbes Kind ist, ist seine Mutter kaum präsent. Einen Vater sehen wir auch nicht. Wir wissen, es gibt da einen neuen Partner der Mutter, aber auch der hat keine besondere Bindung zu Juri. Er findet dann in einer Roma-Kolonie lebenden Mädchen Diana und dem jugendlichen Dealer Dali zwei Gefährten, zwei Freundesfiguren, die für ihn auch schnell eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Aber diese wirklich, diese Fürsorge, diese familiäre, die hat er nicht. Und so marode wie der Häuserblock ist, so marode ist auch sein soziales Umfeld und letztendlich auch diese ganze Sozialstruktur, dieser Kiez, in dem er da aufwächst. Und diese Träume, von denen du sprachst, die sind auch eben deswegen besonders schön, weil sie ihm eine Flucht aus diesem harschen, sehr triesten Alltag ermöglichen. Aber es ist eben kein Entkommen. Und dieser Film hat diese große Stärke, die viele dieser Sozialdramen, gerade diese Jugendsozialdramen nicht haben, dass er eben knallhart zeigt, es genügt eben nicht einfach nur Idealist zu sein. Manchmal gibt es wirklich keinen Weg raus aus dem Dilemma oder man kann keinen zeigen. Also dieser Mythos, du musst es nur versuchen, dass der einfach nicht stimmt. Denn es scheint wirklich keine Perspektive zu geben für die Menschen, die wir hier sehen und deren Leben buchstäblich auf die eine oder andere Weise demoliert wird. Ja, ist auch ganz interessant, das zu sehen, weil wenn wir an solche, ich nenne es mal jetzt einfach Sozialbausiedlungen denken, denken wir halt an Spiegel-TV-Dokumentationen, ja, an diese ganz schlimmen Sachen, an irgendwelche Polizeieinsätze von Szenarien, wo wir denken, da möchten wir aber nicht vorbeigehen, wo wir vielleicht Angst haben, dass da in jedem Moment irgendein Verbrecher aus dem Gebüsch springt und uns vergewaltigen möchte. Und was die Filmmacher ganz gut hinbekommen, dass sie wirklich ein Verständnis auch bilden dafür, dass dieses Sozialbauprojekt, die Sozialbausiedlung, einfach auch Juris Heimat ist. Es gibt Momente, in denen der ganz schön erzählt, so was für ihn halt Heimat ist als Zuhause. Für ihn ist das, der kann dir genau sagen, um 18 Uhr kommen die Dieder und stellen sich da hin und wenn es regnet, gehen sie dorthin. Und am Sonntag spielt dieser alte Mann, der vielleicht sonst immer ein bisschen verwirrt wirkt, aber am Sonntag spielt der Trompete für alle. Und das ist, das macht der Film ganz geschickt, dass er zum einen dir dieses Bild, dieses Dämonische nimmt von dieser Art der Wohnsituation. Auf der anderen Seite macht er aber auch nicht den Fehler und romatisiert es zu stark. Das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Absolut. Und vor allem, und der zentrale Punkt eben, dass auch in diesen Sozialbauten einfach ganz normale Menschen leben, alte Leute, Familien. Und dass viele dieser Sozialbauten ja gar nicht angefangen haben irgendwie als heruntergekommenes, schäbiges Ghetto, sondern dass es sogar manchmal richtig gute Gegenden oder zumindest respektable, schöne Wohnungen waren, um die sich dann aber einfach niemand gekümmert hat, weil es eben, wie so oft ist, dass darin nicht investiert wird. Oder dass zum Beispiel es nicht ausreichend auf soziale Durchmischung geachtet wird. Denn idealerweise sollte es ja so sein, dass es nicht in der Stadt eine Gegend gibt, in der nur arme Menschen leben oder Viertel, in denen sich nur Reiche eine Wohnung leisten können, sondern dass es in jedem Haus oder wie ich finde, in jeder Wohngegend eigentlich immer gesetzmäßig Wohnungen geben sollte. Wo man sagt, in Berlin gibt es ein bisschen was davon. Das nennt sich dann Milieuschutz, dass man sagt, ein bestimmter Anteil der Wohnungen wird noch niedrigpreisigst gehalten, damit Leute, die einen einfachen Job haben oder vielleicht Sozialführempfänger sind, da auch leben können, um eine Ghettoisierung entgegenzuwirken. Aber das müsste viel, viel stärker betrieben werden, damit es eben nicht so ist, dass dann bestimmte Wohnblöcke systematisch vernachlässigt werden von den Besitzern, bis nur noch der Abriss bleibt. Und man dann sagen kann, gut, jetzt können wir hier ein teures Hochhausprojekt oder dergleichen hinsetzen und dann Wohnungen und Apartments zum vierfachen Preis vermieten. Was ich nicht ganz so gelungen finde, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob es ein Feder wäre, aber es bahnt sich ja schon so eine Art Liebesbeziehung an zwischen Juri und dieser Diana. Und da muss ich sagen, ich hätte das nicht gebraucht, wie so oft bei so Liebesgeschichten in Filmen. Ich finde, das bremste mir manchmal das Ganze ein bisschen zu sehr aus. Wie war es bei dir? Geht mir absolut genauso. Diese Geschichte wirkt auch nicht richtig auserzählt, diese Romanze, die wir da haben. Sie wirkt mehr so, als ob sie einfach nur dazugesetzt wurde von dem Regie-Duo, weil sie das Gefühl hatten, ja, man braucht hier irgendwie jetzt eine Liebesgeschichte und wir müssen jetzt irgendwie noch ein bisschen ein Mädchen da reinkriegen. Und wenn wir ein Junge und ein Mädchen haben, dann können die nicht einfach nur Freunde sein. Dann muss da auch immer ein bisschen Romantik sein. Und das wirkt einfach überflüssig. Und ich finde, es stört ja auch ein bisschen diese Entwicklung der Atmosphäre, dieser leicht träumerischen, aber dennoch schmerzlich tragischen Atmosphäre und dieser Abschied, der hier drin liegt und das ganze Gefühl von gescheiterten Wünschen und Illusionen. Und ein interessanter Kontrast hier ist ja auch, dass diese junge Diana, genau wie der Dealer Dali, dass die einfach nur weit weg wollen nach Amerika oder irgendwo hin, wo sie sich Freiheit und ein besseres Leben erhoffen und Yuri einfach nur da bleiben möchte. Also dass er diese Illusion, dass es irgendwo anders wesentlich besser sein könnte, gar nicht hat, aber sich auch gar keinen anderen Ort vorstellen kann. Und dieses Haus, dieser Block, auch irgendwie für ihn ein bisschen wie ein selbstgewähltes Gefängnis ist. Oder man könnte sagen, so ein bisschen Ball and Chain. Er kann sich davon auch nicht lösen. Und das scheint auch nicht immer nur eine glückliche Anhänglichkeit zu sein, sondern es ist irgendwo auch beengt und erstickend. Und die Kameraarbeit von Victor Zigan, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, vermittelt das auch sehr schön mit sehr stimmungsvollen, atmosphärischen Bildern. Wir sehen Yuri zum Beispiel ganz oft in so einer Art Halbprofil, in Türrahmen. Wir sehen ihn in Durchgängen. Wir sehen ihn im Hausflur. Wir sehen ihn ganz selten in geschlossenen Räumen, sondern alles scheint immer irgendwie offen zu sein, als ob er halb auf der Straße leben würde und gar kein richtiges eigenes Haus als solches zum Einigeln mehr hätte. Ja, also die Kameraarbeit finde ich ganz, ganz herausragend. Nicht nur bei den Traumsequenzen, die wirklich, wirklich toll aussehen, sondern wie du schon gesagt hast, der fängt diese Atmosphäre sehr gut ein. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin gerade in diesem Gebäude drin. Gegen Ende oder sagen wir mal so, im letzten Drittel gab es dann schon so ein paar Momente, wo ich mir dann dachte, das gibt für mich jetzt keinen Sinn, weil da ein paar Sachen vorfallen, die, ja, ich mag das Wort nicht, aber die auf mich unrealistisch gewirkt haben. Also alleine, was der Juri da alles gebaut hat anscheinend und unbemerkt wohl, das hat mich ein bisschen rausgebracht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also gerade, ja doch wirklich, das letzte Drittel, das hat mir nicht mehr so zugesagt. Da habe ich keinen Kontakt mehr zu der Geschichte gefunden, weil dann ist dann irgendwie, da war Traum und Realität dann teilweise doch ein bisschen zu nah beieinander. Ja, man hat sehr das Gefühl, dass es dem Film so geht wie seinem Hauptcharakter. Er hat eine gute Grundidee, aber er weiß nicht so richtig, wohin damit und wie das Ganze jetzt eigentlich ausgehen soll. Und das merkt man dann auch, obwohl der Film eine sehr, sehr überschaubare Länge hat, von nur knapp über 90 Minuten, spürt man die bisweilen doch, denn es ist eben eine bestimmte große Metapher, die da drin steckt, dieses Haus als Allegorie für das marode Leben des Protagonisten. Und diese Metapher wird halt in jeder Hinsicht bis zum letzten Tropfen ausgefrungen. Es ist eine sehr reiche Metapher, darum klappt das auch einigermaßen. Aber man merkt wirklich, dass da doch etwas materialdramaturgisch, etwas mehr Substanz und Gehalt gut getan hätte, denn das ist wirklich ein ganz wunderbares Fundament, eine starke Grundstruktur. Aber genau wie bei dem Wohnprojekt, das wir hier haben, eben der Seed Gagarin, es fehlt dann doch etwas an Substanz. Das meine ich jetzt nicht als fundamentale, vernichtende Kritik. Das sind kleine Mängel an einem Film, der sehr stark geschauspielert ist von den jungen Darstellerinnen und Darstellern. Die sind fast alle Newcomer oder zumindest Darstellende, die man jetzt mit Ausnahme von Lina Kudry kaum je in größeren Projekten gesehen hat. Aber der Hauptdarstellende zum Beispiel, das ist hier seine erste richtig große Rolle und er macht das ganz wunderbar. Stu hat es auch schon gesagt, die Bilder sind sehr toll, sind wirklich atmosphärisch. Und wir haben hier wirklich eine sehr interessante, gute Sozialperspektive auf die Unterschicht. Und das ist ja so ein großes Manko, das ich immer an der Filmwelt generell anklage oder dass ich an der Filmwelt generell bemängle, dass man die Unterschicht fast nie auf der Leinwand sieht. Und wenn man sie sieht, dann fast immer nur als Negativ-Klischee, als romatisiertes Klischee oder als bemitleidenswertes Klischee. Und das hier ist eben wirklich eine von diesen Geschichten, wo nichts davon stattfindet, wo wir die Unterschicht sehen und wo wir die Unterschicht in einem Film sehen, wo es nicht nur darum geht, dass sie Unterschicht sind. Obwohl es hier auch wieder ein wichtiger Motor der Handlung ist. Aber zumindest kreist die Handlung nicht darum, sondern es geht noch um die Figuren und um andere Dinge. Hast du noch sonst was, was du loswerden möchtest, außer dein Fazit? Nein, vielleicht noch eine kleine Anmerkung, nur ein kleiner historischer Randfaktor. Es ist dir sehr tragisch, dass dieses Wohnprojekt nicht ganz so lange gehalten hat, wie es sollte. Es wurde, wenn ich das jetzt richtig im Blick habe, 2019 eingestampft. Also war dann nach dem Prozess des Abrisses, der etwa anderthalb Jahre dauerte, dann gerade eingestampft, als der Film reif war für den Kinostart. Das war leider kein gutes Jahr. Es war 2020. Wir alle wissen, dass das nicht das Jahr der großen Kinogänge war. Und was auch so etwas melancholisch stimmt, denn wenn ich das jetzt hier richtig alles recherchiert habe, war das Projekt so etwa Mitte der 60er eingeweiht worden. Und es ist damit dann etwa doppelt so alt geworden wie sein Namensgeber Yugi Gargarin. Das ist schon, wie manche von euch wahrscheinlich wissen, sehr, sehr jung verstorben. Er ist jünger als viele vom Telestammtisch hier bei uns sind. Ich glaube, 34 oder 35 Jahre wurde er nur alt. Beim Testflug kam er ums Leben. Also ein tragischer Namensgeber eigentlich. Und diese gewisse Tragik fühlt man im Film auch durchaus mit. Vielleicht hätte Yugi Gargarin länger gelebt, wenn er eine Affäre mit Scarlett Johansson gehabt hätte. Mehr dazu in unserer Besprechung zu To The Moon. Cross-Promotion hat man das. Cool, ne? Clever gemacht. Clever gemacht. Ich weiß. Ja. Okay, gut. Also Fazitzeit. Dann dringe ich mich mal wieder vor. Ich finde, das ist ein hochspannender, hochinteressanter und hochvielschichtiger Film. Mir geht er am Ende wieder zu viel, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, ein etwas in Anführungszeichen geerdeteres Ende hätte mir besser gefallen, auch wenn am Ende hervorragende Bilder zu sehen sind. Aber das war wirklich ein sehr schöner Film, der auch beweist, dass man vielleicht trockene Themen, schwierige Themen auch so verkaufen kann, dass sie trotz allem auch die Fantasie beflügeln, aber auch ein bisschen in der Realität verankert bleiben. Und deswegen für mich eine Empfehlung für Gargarin. Lida, wie sieht es bei dir aus? Ein tragisch, komisch, melancholischer Kinoausflug, der absolut zum Träumen einlädt und dabei nie vergisst, wie hart die Realität ist. Beton hart für manche Menschen, der uns daran erinnert, wie schwer es ist, einen Platz in der Gesellschaft und der Welt zu finden und wie oft der Platz, der eben den Reichen oder auch nur einfach der Mittelschicht zugesprochen wird, eben der Unterschicht weggenommen wurde. Die Leute, die in der Gesellschaft nicht gewollt sind, die sehen wir hier auf der Leinwand in verschiedener Personifizierung. Sehr gut gespielt, er ist wunderbar gefilmt, also von mir aus absolut eine Empfehlung. Schaut euch diesen Film, wenn ihr könnt, im Kino an, ja, macht es nicht so wie ich, dass ihr den online guckt, wenn ihr die Möglichkeit habt, den auf der Leinwand zu sehen und haltet vielleicht nach weiteren Projekten dieses Regie-Bus-Ausschau. Haltet auch gerne Ausschau nach weiteren Podcasts zum Tele-Stammtisch und die findet ihr überall dort, wo es Podcasts und Likes gibt. Außerdem haben wir ein Web, es tut mir leid, es ist schon spät. Wir haben auch eine Webseite, tele-stammtisch.de, außerdem könnt ihr auch gerne mal bei Discord vorbeischauen, tele-stammtisch.de slash Discord, da findet ihr unseren Community-Server, da könnt ihr dann mit uns beratschlagen, was wir als nächstes gucken sollen oder was wir falsch gemacht haben oder gut gemacht haben oder ihr könnt einfach nur hingehen, um uns, ja weiß nicht, zu beobachten, ihr kleinen Stalker. Ist mir egal, macht es halt einfach. Wir sind hier am Schluss, vielen Dank fürs Zuhören, ich sage Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Ja, Bonuspunkte, wenn ihr jetzt ohne zu mugeln sagen könnt, wie das Raumschiff oder diese Space-Kapsel hieß, mit der Juri Gargarine eigentlich um die Erde gedüst ist. Millennium Falcon, das war einfach. Ja, Stu hat leider schon aufgelöst, aber nee. Dann kommentiert das und ansonsten folgt uns natürlich auch auf Social Media. Ich verabschiede mich jetzt leider immer noch auf dieser Welt. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.